Boah, 2 gegen 1 ist aber schon krass unfair. Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Wir wählen Pit, Link, Kirby und Mario. Oder hätte ich vielleicht Yoshi nehmen sollen? Nein, ist ja warsch. Ähm, und wir stutzen uns rein ins Abenteuer. Das letzte Mal haben wir Lucario gesehen. Oh, Alter! Fünf Sekunden da, mach gleich ein bisschen Abgang. So, jetzt kommt man hier hoch, Freunde. So. Ich glaube, wir müssen nicht zu viel auf einem Fleck haben. Boah, krass mit dem Besiegen. Aua! Boah, ho, 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 ho. Boah, ho, 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 ho. So, weg da. Ja, schön auf die Fresse. Die Fischfresse. Tschüss. Alter, wo kommt die denn her? Aua! 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 Das wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Vielleicht. So. Und tschüss. So, dann bin ich noch schön groß. Leute, jetzt wird's lustig. Ähm. Immer sonst für mich. So, da... Die... Die... Die Marionette muss weg. Ansonsten haben wir ein riesiges Problem. Krannett. Tschüss. Was? Aua! Der hat mich getroffen! Da kommt die nächste. Nein, ich nehme dieses Ding jetzt übrigens absichtlich nicht. Das da rechts liegt. Wenn ich das jetzt wieder auslöse. Okay. Gut. Ich hab's nicht ausgelöst. Also zumindest nicht. Unabsichtlich. Und tschüss. Aua! Scheiße, da fließt die... Hab ich nicht mehr geschaut. Aua! Jetzt ist er im Arsch. Pit, du hast wacker gekämpft. Jetzt ist link dran. Ja. Oh ne. Ne, 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 ne. Die beiden in Kombination ist ganz schlecht. Ganz schlechte Wahl. Na komm her. Oh Gott. Nein! Scheiß weg. Eben dort meine ich. Boah! Leute! Wollt ihr mich verarschen? Nein! Oh Mann! Wollt ihr mich? Nee, oder?! Der Wu-Tan muss weg. Boah, gut. Gut. Gut, ich bin groß. Und der Wu-Tan ist weg. Boah! Endlich. Geschafft! Das war krass. Stage gemeistert. Okay, wir haben nichts bekommen, aber gut, da war auch nichts zum sammeln. Schlachtschiff halb... Snake. Lade. So, auf geht's. So, wir waren hier nochmal die Finger. Da wirft eine Granate. Okay, noch. Okay, das ist Bombeplanten. Das ist nach oben. Okay, warte mal, kann ich die lenken? Ja, ich finde die lenken, geil. Schön. Schön, 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 schön. Okay. Ne, Ränder. Kurz mit der Steuerung verdraut zu machen. Oh, andersrum. Ah, der braucht so lange, bis es in den dritt. Oh. Hey. Was war das denn? Oh. Gehst du da weg? Okay. Ich glaube, ich sollte lieber kämpfen, weil es mit dem Scheißraum zuspielt. Aua, 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 aua. Was nimmst du eigentlich diese Bodenbombe, äh, diese, äh, diese Bombe da am Boden, die der geplant hat? Wenn, äh, ähm, wenn der eh nicht, äh, wenn die eh nicht auslöst. Oha, guck mal da. Juhu, da. Jetzt, mit dem Knie um die Fresse, so, gehört' ich das. So, schnell herrüber. Aua! Ah, wusste nicht, dass der so schnell auslöst. Verdammt. Ja, Lucario kann was. So. Deshalb nehmen wir als Lucario als Ersten. Oh, ich glaube, ich fahre noch mal runter. Lucario habe ich auch eine ganze Zeit lang mal gespielt. Lucario war auch geil. Oh, da ist noch nichts. Au, 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 au. Weg da, weg da, weg da, weg da. Gibt das jetzt? Okay, die Bombe wurde nicht ausgelöst. Aua. So, weg da. Na, komm. Ach, geht doch kaputt. Geht doch. Oh, ne. Unverteilt. Und wieder so zwei. Oh, ho, 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 ho. Bin ich gut. So, weg da. So, was ist jetzt los? Wo kann ich jetzt hin? Nun zurück. Da runter kann ich. Okay. Mal schauen. Ich gehe in den Maschinenraum. Erheilbert. So. Ja, man hat aber nicht gerechnet, dass ich da von hinten komme. Komm, auf das Portal drauf. Doch. Uffalda. Na, da kommt kaum ein Erbol auf von hinten. So. Muss ich den Knopf drücken? Ich drücke den jetzt einfach mal. Zur Not. Hilft's ja vielleicht was. Na. Okay, es hat nix gegolfen. Da muss ich hin. Okay. So, der Tür muss ich. Na. Anderraum. So. Schluss. Na, da hoch. Irgendwie. So. Hier geht's irgendwo noch runter. Okay. Er ist zurecht. Bis lang. Ich will da nicht runterspringen. Ich habe keine Ahnung, wo sie hingeht. Ah, okay. Doch. Da kann man runterspringen. Aber ich glaube, da kann man da nicht mehr runterspringen. Obwohl, vielleicht doch. Aua. Halt halt, diese Fluch, ne? Verfluchfücher. Kotzen sowas von an. Ah, gut. Einer wenigstens. Ne, beide waren es aber. Es kommen neue. Ach, nee. Auf. Da, da, auf. Ach, das ist das Portal. Das ist ein Flutport. Ach, Gott. Das Wind. So. Jetzt aber. Was haben wir da? Gar nichts. Das ist ja nicht viel. So. Wieder hier hoch. Und jetzt kommen wir da runter. Was haben wir hier? Keine Ahnung, wer das war. Da war es zu dunkel, um das zu erkennen. Und jetzt hier. Na, hallo. Oh, hallo. Hier. Hier rein. So, jetzt. Oh Gott. Laser-Schwert-Typen. Warum jetzt hier hell und dunkel? Nicht scheiße. Irgendwas hat hier einen Wackelkontakt, meine Freunde. Kann mal einer gucken gehen? Oh. Oh. Oh, da ist, da ist ein. Oh. Genau, dich suche ich. Na gut, vielleicht suche ich dich. Doch nicht. Oh. Gut. Oh. So ein Robocop. Auch weg. Gut. Da wäre die Tür. Schön. Hoi. Ich bin bloß hier nie irgendwo daneben. Au, aua. Was habe ich jetzt gemacht? Au. Aua. Ja, schön. Super, Lucario. Hey. Da habe ich einen rausgehauen. Und hier alle wegmachen. Das ist der große Mäse, der geht jetzt durch die Tür durch, ist klar. Erst provozieren, dann töten. Okay, ich muss die einzelnen Enfimier kaputt machen. Halt, zuerst noch Schokolade. Die heilende Kräfte, wie man weiß. Dann ist das zweite weg, okay. Wir haben also verschiedene Sicherheitssysteme hier drin. Ah, er kommt hier ja. So, tschüss. Da oben hätten wir noch so einen Stahltüten. Körper aus Stahl. Iron Man, ist klar. So, woher ist der nächste? Aua. Ja. Das war jetzt ein Teufelskreis, würde ich sagen. Aus dem und das Vieh. Zum Glück, der Letztrund der Lust hat. So. Direkt. Und der Ackrock. Wäre auch gleich für Chikado. Ich glaube, das waren sie jetzt alle. Ja, das waren sie alle. Wir können da rein. Na. Wir können da. Erh. Wir können da. Okay, Kampf. Okay, versuchen wir's in der Reihenfolge. Na? Wie rödelt sich einem zurecht? So, jetzt, ey. Hoppala, ey! Komm gleich mal zum Schießen an. Kann ja nicht sein. Boah, 2 gegen 1 ist aber schon krass unfair. Ich schlage keine Frauen. Wobei, das sind ja eigentlich auch keine Frauen dazu. Das sind ja irgendwelche Gespenster. Hoppala. Nein, das war die falsche Richtung. Oh! Die erste wäre... Frostbeck. Aua! Nein, Lucario, nein! Ich sehe ja auch nix! Aua, Alter, was ist das denn? Alter! What the fuck? Ja, da freut sie sich, ja. Kann ich mir vorstellen. so. So. Hoch damit... ...mit den zweien... So. Wenn eine weg wäre, wäre er schon ein Erfolg. Aua! Alter. Man kann sich ja in der Luft auch nicht, äh, wehren. Boah, schön. Ah. Ah, die erste weg. Schön. Die Zelda ist weg. Die Hinterprotzigeere von beiden. Und die zweite wäre auch weg. Schön, Meta Knight. Schön, schön. Ähm. Ähm. Stage gemeistert. Natürlich. Jetzt haben wir sie ja befreit, aber sie sollen da bleiben. Dann hätten wir sie ja auch gleich da lassen können. Oder also nicht befreien können. So, Snake ist neu. Aber das war's sonst. So, willst du was? Eine machen wir noch. Chic. So, Chic und dann Peach. Chic ist ja diese zweite Zelda-Form. Die kann man ja mit Zelda austauschen. Boah, das ist bei der Steuerung, ist das echt knifflig. Boah. Jetzt gehen wir weiter. Oh. Vor allem bei Gegenwind. Aber der Gegenwind macht's irgendwie einfacher. Finde ich. Dann springt man nicht zu weit. Weit. Boah. Alter. Springt er durch das Ding durch. Jetzt geht er rein. Boah. Boah. Mein Gott, das will ne. Ja, toll. Äh, gleich erstmal. Instant 30 Schaden hier direkt. Okay. Dann haben wir auch ganz schön. Ja. Das hast du jetzt voll gebracht. So. Der weg. Der weg. Aua. Ich dachte dann alledig. Scheiße. Okay. Dann halt nicht. Was kann der eigentlich so? Achso. Jetzt ist Zelda. Nee, nee, nee. Da drehen wir lieber wieder um. Oh, schön. Schön. Wobei Zelda ja auch was kann. Haben wir ja gerade gesehen. Ah. Ja. Ja. Schön. Nein. Na jetzt. Geht doch. Na geil. Und jetzt klein. Nein. Wollte eigentlich gegen erst gestanden. Okay. Das geht nicht. Aua. Nein. Ich wollte auch nicht. Ich hab doch extra nach unten geklickt. Scheiße. Wollte den. Wollte den Typen da unten. Ach schau. Was ist das denn da unter mir? Ich hab noch nie gesehen. Aua. Aua. Aua Aua. 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 Nicht die Kiste treffen. Zumindest nicht wenn ich in der Nähe stehe. Genau. So, wie das gemeint... Ah, Mummenklinge. Na, jetzt schieß ich ihn noch hoch. Aua. Ich dachte, ich könnte mich schützen. Ah, Peach. Ich wollte... Oh. Ja gut, das... Damit kann ich leben, ganz ehrlich. So, komm mal darüber. Na, jetzt komm hoch. Jungens. Na, geht doch. Du willst auf die Fresse... Aua. Nicht ich. Du willst auf die Fresse. Ah, lass mich in Ruhe. Die Frau schlägt mir nicht. So. Erst mal fressen. Okay. Ja, dort war ein bisschen Fail, aber... Ah Gott, ich kann mich jetzt nicht mehr. Okay. Ah, die sind so konstruiert. Na komm, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Nein. Scheiße. So. Geht das so? Ach, das klappt nicht. Obwohl eigentlich, dass der da oben... Aua. Aua, aua, aua. Dass der da oben... ... dann... ... so lange reflektiert wird... ... und nach unten fällt. Aber mit dem Typen da unten lege ich mich jetzt nicht an. Das muss nicht sein. Was ich nicht mit dem jetzt battle. Super knapp. Aua. Aua. Tschüss. Aua. Boah, das vorher hat mich jetzt gerade irgendwie nicht getroffen. So. Oder diese Flamme da. Ja, toll. Super. Was riecht denn das bisschen? In welchem Intervall? Ah, das... ... aufflammend. Na komm. Da rein. Oh Gott. Warum gehen die denn im Außen lang? Alter. Ah ne, das da oben ist mir jetzt scheißegal. Ganz ehrlich, das lasse ich es liegen. Das war's. Oh, gut. Okay. Oh. Oh. Schaff. Was ist ein Jump'n'Run? Was ist ein Jump'n? Stage gemeistert. Sind das Engländer? Tea Time! Ich weiß es nicht. So, Zelda ist den Kämpfer beigetreten. Und wir machen am nächsten Mal weiter. Auf der Halbert. Bis dann. Tschüss. Tschüss.